Was geht ab, Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Wochenausblick. Ja, wir haben eine spannende Woche hinter uns mit Zinsentscheid, mit NFPs, mit Arbeitslosenzahlen, mit Arbeitslosenquote etc. pp. Dafür geht es nächste Woche deutlich ruhiger, zumindest was die Newslage anbelangt, weiter. Trotzdem werfen wir einen Blick auf die aktuellen News, die nächste Woche dann anstehen und natürlich werfen wir einen Blick auf ein DXY, auf Gold, auf Bitcoin, auf ein SPX, Dow Jones etc. pp. Und bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, gerne natürlich auch in die kostenlose Telegram, Talk und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr darauf Bock habt, Link wie immer unten in der Videobeschreibung und auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön für alle, die es ermöglicht haben. Wir haben mittlerweile die 3000 Abos geknackt, macht so weiter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und damit würde ich sagen, starten wir direkt durch und zwar fangen wir an mit dem DXY, also dem US-Dollar. Wir haben ja die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, hier unten diese 101-Marke, das ist so dieser Turnaround-Bereich, den wir uns vorstellen, der wünschenswerterweise hält. Der hat gehalten, beziehungsweise was heißt wünschenswert, für Bitcoin ist es ja meistens immer kontraproduktiv, trotzdem für alle, die hier USD-Fans sind, haben wir jetzt einen schönen impulsiven Bounce auf dem Tagesschart hier gesehen. Klar, wir sind nochmal minimal drunter gedippt, aber dafür dann zwei impulsive Kerzen nach oben. Hat natürlich auch damit zu tun, einerseits der Zinsentscheid war natürlich eingepriesen, trotzdem stärkt es nochmal den Dollar und für mich viel wichtiger waren halt eben diese NFP-Zahlen. Das heißt, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die nochmal deutlich besser ist und das wiederum könnte die FED dazu leiten und darüber haben wir heute früher schon im Update-Video darüber gesprochen, wir können trotzdem nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen, dass im Mai nochmal eine 0,25% Erhöhung kommt. Das ist nicht ausgeschlossen und darüber haben wir schon in Livestreams drüber gesprochen, dass ich es für sehr, sehr wahrscheinlich halte, dass wir nicht bei diesen 4,75% stehen bleiben, sondern wirklich die 5%-Marke knacken. Und das ist jetzt auch für den Mai hier eben eingepriesen. Und da können wir vielleicht auch gerade mal schon mal zu den News kommen und zwar am Dienstag spricht der FED-Vorsitzende Powell nochmal um 18 Uhr. Da sind dann natürlich diese NFP-Zahlen natürlich auch schon mit drinnen und da wird es ganz, ganz interessant werden und weil ich da auch, ich bin ja auch in anderen Gruppen drin und viele prognostizieren ja auch für den 7. Februar einen kleinen Trendwendebereich. Laut GAN und sowas und anscheinend noch mehr Indikatoren würde sehr, sehr gut passen eben zu dieser Rede. Deswegen sollten wir da einen sehr, sehr großen Augenmerk mal auf diese Rede um 18 Uhr halten am Dienstag. Und das könnte natürlich dann auch für den, wo haben wir, die XY dann auch wieder positive Zahlen bedeuten bzw. weiter eine Erholung, die wir zumindest hier oben in diesem Bereich der 103,88 oder sogar 104-Punkte-Marke hier oben sehen. Das sind jetzt so die nächsten Level, die jetzt dann langsam interessant werden. Diesen Bereich oder das Hoch haben wir rausgenommen, dieses Hoch haben wir rausgenommen und dann schauen wir mal, ob diese Bereiche hier oben, 103,5 wäre dann dieses letzte Hoch, was wir hier drüben haben. Ziehen wir nochmal ein bisschen hoch und ansonsten die 104. Sollte die Rede positiv sein, was Pole da von sich gibt, könnte das für den DXY nochmal einen ordentlichen Push geben und dann wären wir hier oben, das ist diese grüne Box, wäre dann schon diese Daily Supply Zone. Also es ist sehr, sehr gut möglich, dass wir vielleicht im Laufe der nächsten Woche, vielleicht sogar schon am Dienstagabend diese Box hier antesten und dann wird es interessant werden, ob wir hier ein höheres Tief reinkriegen. Und wer mich schon länger verfolgt, weiß, das gleiche wünschen wir uns ja auch bei Bitcoin und bei den anderen Indizes nochmal so ein höheres Tief reinzubekommen, um dann wirklich so einen Trendwechsel zu bekommen. Und das ist möglich beim DXY, pump, eventuell dann wieder ein Abverkauf und dann wird es ganz, ganz entscheidend werden, aber es vermute ich jetzt nicht, dass das nächste Woche schon der Fall wird, wenn wir hier oben dieses Hoch antesten bei diesen 105,6,5. Das ist so die Marke, die für mich der endgültige Trendwechsel da wäre. Klar, wir sind seit Wochen, Monaten hier in einem sagenhaften Downtrend und sollten wir hier dieses Hoch rausnehmen auf Daily Sicht und nicht nur mit einem WIG, ihr kennt das Spiel, WIG ist immer einfach nur Liquidität abschöpfen, das gleiche kann man natürlich auch beim Forex-Markt genauso sagen. Werden wir hier einfach nur rejected, war das vielleicht nur eine kleine Bärenrallye und wir gehen hier nochmal runter und testen eben diesen Bereich um 101 Punkte. Und ansonsten kommen wir da drüber, dann schnallt euch an, dann kann BTC auch nochmal einen ordentlichen, sag ich mal, Dump vielleicht nachvollziehen. Aber momentan noch ein bisschen zu früh, Ziel ist jetzt erstmal hier oben dieser Bereich 103,5 bis 104, sollte die Rede positiv sein. Und danach blicken wir jetzt gleich mal auf, wo fangen wir an? Fangen wir an mit dem S&P 500. Hat ja die letzten Wochen immer ganz gut gezogen, wir haben ja die Woche davor drüber gesprochen, okay, Breakout möglich mit Retest, den hatten wir. Diese Woche auch phänomenal bullisch, sag ich mal, geschlossen, beziehungsweise die ganze Woche war im Endeffekt bullisch. Jetzt haben wir hier direkt vor uns so ein kleines CME-Gap. Wir haben so den, das war der Kanal, den wir letzte Woche so eingezeichnet haben, also sehr gut eingetroffen, nur dass wir hier oben noch nicht in die 4200-Punkte-Region gekommen sind. Da oben wartet noch so ein kleines CME-Gap auf uns für, sag ich mal, die Schlusskurse, das würde noch sehr, sehr interessant werden. Denn es ist auch jetzt aufgrund der Lage, sag ich mal, für Montag und Dienstag nicht gerade unmöglich, dass wir uns diesen Bereich hier holen. Und da wird es dann meines Erachtens nach sehr, sehr interessant werden, ob wir dann hier oben wieder rejected werden. Heißt, Fahrplan, wir gehen hier nochmal hoch. Wenn wir hier konsolidieren, könnten wir die Rallye bis hier oben 4.328 Punkte fortsetzen. Und da oben wartet dann eigentlich erst einmal nichts mehr, dann tun wir hier nochmal so die Ineffizienz mit reinzeichnen. Also das heißt, übergeordnetes Ziel sind hier die 4.370 US-Dollar, oder 4.370 Punkte bis 4.320. Das ist so die Marke, sollten wir uns hier oben stabilisieren und das Breakout kriegen. Deswegen, ansonsten schließen wir hier einfach nur das Gap, ist es sehr, sehr gut möglich, dass wir erst einmal nochmal ein bisschen Talfahrt machen. Hier unten diesen Bereich um 4.100 Punkte nochmal testen, uns hier stabilisieren und dann einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Würde auch meines Erachtens nach sehr, sehr gut passen. Warum? Weil wir in der Vergangenheit an dieser blauen Linie sehr, sehr viel, sag ich mal, Widerstand hatten. Sehen wir hier ganz gut, hier Widerstand runtergefallen. Klar, hier dann dieses Fakeout, wieder nach unten, Widerstand, Widerstand, Widerstand. Auch hier letzte Woche oder vorletzte Woche ein bisschen Widerstand an diesen 4.093 Punkten gehabt. Dann dieses schöne Breakout. Deswegen Montag, Dienstag eventuell, dass wir hier hoch in Richtung 4.200 Punkte gehen. Dann nochmal diesen Retest hier in die 4.100 Punkte Region. Das würde dann zur Paul-Rede eventuell passen. Und dann hätten wir auch hier wieder ein höheres Tief und dann Abfahrt weiter nach oben. Das Volumen gefällt mir sehr, sehr gut auf Tagessicht. Schöner Abtrend, den wir hier reinbekommen haben. Klar, Abverkaufsvolumen gehört dazu. Aber trotzdem, das Volumen für diese Aufwärtsrallye gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben mehr Volumen über die letzten Tage bekommen, wenn jetzt dieser Trend immer schwächer werden würde. Das heißt, Volumen geht raus aus diesem Markt und so. Dann wäre ich jetzt ein bisschen skeptischer, aber wir haben keine Bearish Divergence, wir haben genug Volumen. Spricht jetzt vorerst noch nicht für eine größere Korrektur, die wir hier beim S&P 500 erwarten können. Deswegen Ziel, 4.200 Punkte, grob hier dieses CME-Gap füllen. Dann wird es entscheidend, Retest, entweder 4.100 Punkte oder wir ballern hier oben durch, noch ein bisschen Konsolidierung. Und dann 4.324 bis 4.370. Eventuell können wir da mal ein bisschen gucken, ob wir vielleicht nächste Woche ein paar Setups zusammenkriegen. Auch für die traditionellen Märkte kann man ja bei Bing X-Traden, also wenn ihr Bock habt bei Bing X-Traden, Link wir mal in der Videobeschreibung, nur mal so ein kleiner Reminder. Aber das würde sich ganz gut anbieten. Also die zwei Zonen behalten wir auf jeden Fall mal im Auge. Retest wäre long, ansonsten hier oben schauen, wie so ein bisschen auch die Rede dann ist. Und dann eventuell ein kleines Short-Setup reinballern. Gut, dann schauen wir zum NDX, also das heißt zum Nasdaq auch hier. Bisher sehr, sehr gut eingetroffen. Wir haben sogar das Ziel ein bisschen hier nach oben hinaus geschossen. Sie sind sogar in die 12.800-Punkte-Marke gekommen. An sich gut passiert, sind minimal drüber geschossen. Von der Ding her war die Idee da, hat es gepasst. Weiter nach oben. Jetzt wäre das nächste Ziel, sollten wir jetzt hier oben, sag ich mal, weiterhin rejected werden, auch hier ein höheres Tief wieder reinzubekommen in den Bereich der 11.800 Punkte. Wobei ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, um das Ganze jetzt mal ein bisschen hier wegzumachen, dass wir uns zumindest im Laufe des Montags und Dienstags sogar noch hier oben diese Daily Supply bei 13.162 Punkte gehen. Klar, die Newslage, was die ganzen Tech-Werte anbelangt, war jetzt nicht wirklich sonderlich. Gut, die letzten Wochen immer ein paar Entlassungen, aber im Gegensatz zum Gesamtmarkt sind die paar Entlassungen, die da stattgefunden haben bei den Tech-Werten erstens überfällig gewesen, zweitens macht es auf dem Markt nicht wirklich viel aus, was die Beschäftigtenzahlen anbelangt. Deswegen 13.150 Punkte würde sehr, sehr gut passen. Hier oben diese Daily Supply und noch dieses minimale CME-Gip, was wir hier oben haben. Also das ist die Zielmarke, die ich jetzt erstmal anvisiere. Dann Korrektur, eventuell auch hier bis in diesen Bereich der 12.160 Punkte. Da hatten wir in der Vergangenheit sehr, sehr viel Widerstand. Man sieht hier die blaue Linie. Auch letztes Jahr im Mai Widerstand, dann nochmal im Juni. Und natürlich hier diese ganze Konsolidierungszeit hier in diesem unteren Bereich. Das wäre das erste Ziel. Kriegen wir hier einen erfolgreichen Retest rein. Zeichne ich mal ganz kurz ein. Dann hier ein bisschen Konsolidierung. Dann können wir uns auf zu neuen Hochs machen, auf jeden Fall. Vom Errors-Ei her passt es auch meines Erachtens nach. Keine Bearish Divergence. Nichts, was hier andeutet, dass wir jetzt erstmal eine große Korrektur reinkriegen. Wie gesagt, Blick auf den Dienstag erst einmal. Und gehen wir weiter mit den News am Donnerstag. Also ihr seht schon, es ist sehr, sehr wenig los. Dienstag und Donnerstag sind die wichtigsten Tage. Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe und natürlich die Erstanträge. Die waren jetzt in den letzten Wochen nicht besonders gut. Die Prognosen wurden immer verfehlt. Zum Negativen in unserem Sinne. Weil die Arbeitslosenzahlen nicht wirklich hoch waren. Auch die Arbeitslosenquote haben wir heute früh im Update-Video gesehen. 3,4 Prozent. Also nichts wirklich, was die Märkte momentan jetzt negativ oder positiv stimmt. Es ist einfach alles beim Alten. Und wir werden am Dienstag einfach sehen, ob sich Paul dazu positiv oder negativ äußert. Ich bin weiterhin dabei. 5 Prozent ist die Marke, die die Zinsen auf jeden Fall noch erreichen werden. Ja, das war es eigentlich auch zum NDX. Wie gesagt, tut sich wenig. Das ist jetzt so der grobe Fahrplan für die Woche. Eventuell, dass wir hier oben einen Short bei 13.130 bis ungefähr hoch. Jetzt habe ich es ein bisschen verschoben. Bis 13.244 oben in dieser Region eröffnen könnten. Mit einem Retrace und einem höheren Tief bei der 12.100-Punkte-Marke. Ist auf jeden Fall drin. Gut, dann Dow Jones. Wenig. Also hier brauchen wir uns echt nicht lange aufhalten. Hier bin ich sogar ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Also wir hatten ja hier diese enorme Rallye, während S&P 500 und Nasdaq nichts gemacht haben. Wirklich nichts. Konsolidierungsphase hat der Dow Jones hier ordentlich nachgelegt und ist aus seinem Falling-Broadening-Redge ausgebrochen. Und seitdem tut sich ja nichts. Wir sind hier in einer riesigen Akkumulationsphase. Ist jetzt nichts Bullisches, nichts Bearishes. Volumen geht langsam raus. Verkaufsvolumen hat ein bisschen zugenommen. Keinerlei Divergenzen, die wir hier vorliegen hatten. Wir hatten hier mit diesen hochklar diese Bearish Divergence, die hat ausgespielt. Seitdem tut sich hier erstaunlich wenig. Wir befinden uns weiterhin hier in unserem Golden Pocket. Den Fahrplan können wir jetzt erstmal so lassen. Ich bin weiterhin Bullisch, was den Dow Jones anbelangt. Sollte nichts Negatives jetzt mehr erfolgen. Deswegen auch hier weiterhin das Ziel. Die 34.866-Punkte-Marke bis ungefähr, ich sage jetzt mal, wenn wir hier oben dieses Hoch angreifen können, bis 35.300 Punkte. Ich sage mal, vom Risk hier 2 bis 4% Pump sind auf jeden Fall möglich. Vor allem jetzt nach so einer langen Konsolidierungsphase. Klar, Nasdaq und S&P hatten viel aufzuholen. Trotzdem, Dow Jones müsste meines Erachtens noch mal ein bisschen nachlegen. Zumindest sich hier oben dieses Hochfischen mit sehr, sehr viel Volumen. Und da oben wird es sich dann entscheiden in dieser Daily Supply. Ist da noch wirklich viel Widerstand, der auf uns wartet, weil wir die Zone jetzt schon mal angetestet haben? Oder reicht es dann, um hier wirklich in Richtung All-Time-High anzugreifen? Weil wir sind, ehrlich gesagt, nicht mehr weit von unserem All-Time-High entfernt. Wenn wir jetzt nach den anderen Märkten gegangen sind, hätte Dow Jones wahrscheinlich schon längst ein All-Time-High erreicht. Aber diese Konsolidierungsphase, auch in so einer Art, sage ich jetzt mal, kleinen Trendkanal, beziehungsweise Seitwärts-Akkumulationsphase, können wir auch so ein bisschen als Bullfleck deuten nach diesem steilen Anstieg. Schöne Akkumulationen hier, klar, mit keinen höheren Hochs, aber dafür höhere Tiefs. Und das ist das, was wir in einem Abtrend sehen wollen. Höhere Tiefs, höhere Hochs, das höhere Hoch fehlt noch. Das könnten wir uns aber auch in der nächsten Woche auf jeden Fall holen. Also das heißt, auch hier gehe ich jetzt erst einmal nicht von einer großen Korrektur aus. RSI hat sich schön erholt in dem mittleren 50er-Bereich. Also das heißt, wir haben hier auf jeden Fall wieder Luft. Wir müssen jetzt nicht irgendwie Panik schieben oder Sonstiges. Aber wie gesagt, hier oben, die Zone, die wird interessant. Sollten wir hier das Short-Traden an diesem Hoch spätestens erst, hätten wir einen Risk, sage ich jetzt mal, hier von 2%. Ist absolut, meines Erachtens nach, im Bereich des Humanen. Wenn wir nochmal auf Nummer sicher gehen wollen, hier oben dieser Bereich, bei den 35.890 Punkten, wären 2,7%. Aber dann wären wir auch schon über den 0,786er. Die Frage ist, macht es dann überhaupt noch Sinn, hier wirklich dann den Short-Traden einzugehen? Golden Pocket, wie gesagt, weiterhin der Widerstand. Darauf wird es meines Erachtens nach ankommen. Gut, dann haben wir ja gesagt, wir schauen Gold immer auch noch dazu an. Ich muss mir das Ding mal in die Favoriten hauen, ey. Komm, das machen wir jetzt gleich mal. So, jetzt aber. Gold. Habe ich heute früh auch im Video erwähnt, hat mich richtig geärgert. Warum hat es mich richtig geärgert? Wir sprechen seit Wochen, nicht nur in diesem Wochenausblick-Videos, sondern auch in den Livestreams über einen Gold-Short. Ich habe gesagt, okay, vor dieser Marke hier oben, 1.967, brauchen wir uns nicht über einen Short unterhalten. Warum? Weil wir hier noch diese Ineffizienz haben, die sehen wir hier, das wären sogar die 1.961 gewesen. Vielleicht war das auch einfach mein Fehler. Aber vergangenheitsmäßig, hier dieses Hoch, hier dieses Hoch, hatten wir immer hier oben an dieser grünen Zone massive Probleme. Wir sind leider minimal vorher bei den 1.960 bereits rejected worden. Und dann gab es aber, was für eine Korrektur. Auf zwei-Tages-Sicht sind wir hier 5% nach unten hingefallen. Klar, die Korrektur war überfällig. Darüber haben wir wochenlang gesprochen, dass es überfällig ist, dass Gold zumindest mal ein bisschen korrigiert. Trotzdem, Zielmarke waren hier oben die 1.967 US-Dollar leider nicht erreicht. Also da war ich gestern richtig sauer auf mich selber. Bitcoin kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber Gold hat mich richtig geärgert einfach, dass wir nicht hier hoch, zumindest ans 0.786er oder hier an diese grüne Box gekommen sind. Das wäre perfekter Short gewesen, wäre 5% easy für uns gewesen. Aber gut, was wollen wir machen? Wie geht es jetzt bei Gold weiter? Also momentan, die Struktur an sich ist meines Erachtens noch nicht gebrochen. Wir sind immer noch Bullish. Der Up-Trend, klar, mit den Daily Closets da drunter. Trotzdem, für mich erst kritisch, wenn wir hier die 1.833 US-Dollar-Marke durchbrechen. Wo haben wir es? Hier. Sobald wir hier unter dieses Low eventuell mit Schlusskurs drunter sind, dann sehe ich das Ganze schon ein bisschen bearischer. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Montagluft ein bisschen abzustürzen. Dienstag eventuell dann mit Pole, mit der Rede, vielleicht wieder ein bisschen bullischer. Und eventuell kommen wir hier wirklich noch an diese 1.965 bis 1.970 US-Dollar-Marke. Wäre für mich weiterhin immer noch der Short-Impuls, um dann, sage ich mal, eine größere Korrektur einzuleiten. Wir können jetzt mal vom großen Gesamtbild ausgehen. Was können wir die nächsten Wochen oder wo wäre ein schönes Korrektur-Level von unserer ganzen Aufwärtsbewegung? Ziel grundsätzlich 1.746. Und das wäre der Bereich, wo wir einerseits in der Vergangenheit immer wieder hier Support gefunden haben. Also hier diese Zone, seht ihr ja, beim 0.236er hier aus dem übergeordneten Count haben wir immer massiv Support gehabt. Und hier in dieser Konsolidierungsphase unten massiv Widerstand. Das heißt, es wäre wünschenswert, wenn wir früher oder später hier unten an diese Marke kommen, hier uns stabilisieren, nochmal ein übergeordnetes, höheres Tief bilden. Auch noch ein bisschen hier ein paar Voids nach unten hinfüllen und ein bisschen die Liquidität stopfen. Und dann, sage ich mal, weiter Richtung All-Time-High. Ich bin Gold weiterhin Bullish, also versteht mich hier bitte nicht falsch. Aber ich finde, eine Korrektur wäre meines Erachtens nach angemessen. Und ich möchte immer noch einsteigen. Das ist, glaube ich, so vielleicht der einzige Trigger, der mich ein bisschen stört, dass ich immer noch nicht in Gold eingestiegen bin. Aber gut, was wir mal machen. Ich schaue mir das jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall ganz, ganz genau an. Ob wir hier nochmal hochkommen oder ob wir einfach direkt Korrektur ansetzen. Hier unten die 1.730 bis 1.750 US-Dollar-Marke. Das sind die Ziele, die ich gerne anvisieren würde die nächsten Wochen, um dann auch hier eventuell dann in oder dann wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich in Gold einzusteigen. Einfach aufgrund Zentralbanken kaufen Gold, China kauft Gold, jeder kauft Gold. Warum sollten wir da als Privatperson das nicht ein bisschen zumindest ins Portfolio mit beimischen? Gut, dann war es das zu den traditionellen Märkten. Nochmal ganz kurz der Blick zu Bitcoin. Hier sind wir weiterhin meines Erachtens nach Bullish unterwegs. Wir haben ja auch ein Video darüber gesprochen in diesem Ascending Broadening Ratchet. Hoffentlich habe ich es richtig gesagt. Hat sich wenig getan. Volumen ist natürlich ein bisschen Mangelware. Aber wir sind hier auf dem Binx-Chart unterwegs. Wir kontrollieren das gerade nochmal so ein bisschen. Dieses Fractal kennt ihr noch aus dem Livestream eventuell. Das lassen wir auch mal noch so drin. Auf Binance ist das Volumen sehr, sehr angemessen. Binx deutlich abnehmend, nicht Bullish. Binance deutlich mehr Liquidität. Ich meine 80% Marktführerschaft, glaube ich, kann man so ganz ehrlich darüber sprechen, haben wir. Und wenn wir jetzt einfach so ein bisschen so diesen Bereich hier einfach mal angucken, würde es Fractal-mäßig auf jeden Fall Sinn machen. Hier noch ein bisschen die Konsolidierung. Und dann auf jeden Fall in Richtung zumindest 26,6. Das ist so das erste Ziel, was ich hier weiterhin anpeile, nachdem wir hier die 25,2 rausgenommen hatten. Und dann schauen wir einfach mal hier drüben. Das wäre so das nächste Ziel. 26,6, 26,8. Ansonsten gehen wir hier in Richtung 28 oder sogar 32.000 US-Dollar rein. Nein, ich habe es gestern schon an Telegram darüber gesagt. Ich zweifle von Tag zu Tag mehr, weil das Volumen einerseits Bullish ist. Wir kriegen keine schlechten News. Bearish Divergence, klar, haben wir vorliegen. Stört mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil wir auch höhere Tiefs bilden. Solange ist die Struktur einfach in Gange. Natürlich sage ich die ganze Zeit immer, okay, es wäre Bullish. Sollten wir hier einfach unten nochmal einen Retest kriegen in die Region um 18,19k. Ich zweifle aber von Tag zu Tag mehr dran und kann mir sogar eher vorstellen, dass wir hier in Richtung 20.000 US-Dollar Marke, wenn ihr hier diese gelbe Linie seht auf dem Binance-Chart, die in der Vergangenheit auch immer sehr, sehr stark gewirkt hat, dass wir einfach nur hier maximal runterkommen. Es wären nach momentanem Stand 10, ich glaube 15 Prozent. Testen wir es doch einfach mal ganz kurz. 14,4 Prozent, gut geschätzt. Retracement wäre aber meines Erachtens nach nicht verkehrt. Höheres Tief einfach nochmal und ein bisschen die Ineffizienzen füllen. Und dann können wir auch hier locker in Richtung 26,6 oder sogar 30k. Also ihr seht, das Marktumfeld an sich ist Bullish. Den einzigen Tag, den wir im Blick behalten sollten, ist der Dienstag wegen der Pole-Rede. Darauf wird es ankommen, meines Erachtens nach. Ansonsten Märkte Bullish gibt noch kein wirkliches Zeichen dafür, dass wir hier jetzt eine Riesenkorrektur sehen. Und wenn ihr das mal so ein bisschen, das Bild hier auch nach unten seht, jetzt sieht man es besser vom Volumenprofil hier, diese ganze Akkumulationsphase, wo wir über Monate hatten, wo wir immer gesagt haben, ey, das Volumen ist sehr, sehr hoch, weshalb die Korrekturen dann in Gang kommen. Wir haben das tiefere Tief gesehen. Jetzt nicht mit aborbitant viel Volumen, aber der Abtrend hat gestartet. Da kam ein schöner Volumen-Peak rein. Und das möchten wir in einem Abtrend sehen. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Gerne dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wie immer gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Dann war es das von meiner Seite. Schönes Wochenende. Wir hören uns morgen früh wieder zum nächsten Bitcoin-Update-Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay crypto.